Wenn man in den Bergwädern des Schwarzwalds spazieren geht, dann begegnet einem ab Juli Barral das Fuchskreuzkraut. Der ganze Wald scheint voller Fuchskreuzkraut zu sein. In der Ebene und an den meisten anderen Standorten ist das Fuchskreuzkraut so selten, dass nicht einmal die genigen botanischen Bestimmungsbcher es kennen. Als Heilpflanze wirkt das Fuchskreuzkraut vor allem gegen Blutungen. Es wird jedoch kaum eingesetzt, weil es einerseits weitgehend unbekannt ist und andererseits leicht mit einem nahen Verwandten verwechselt werden kann, der lebestiegende Alkaloide-NLT. Heilwirkung Blutstillend, Krampfle-Absatzzeichen sind, Diabetes, Bluthochdruck, Menstruations-Absatzzeichen rangehen, zu starke Monatsblutungen, Wechseljahrsbeschwerden, Nasenbluten, Zahnfleischbluten, wissenschaftlicher Name, Senetia fuchsi, Senetia ovatus, Pflanzenfamilie, Korbletla, Asteracee, englischer Name, Foxgrunzel, Wortragwort, Volksmilichnamen, Fuchseskreiskraut, Fuchsensheitnischwundkraut, Peitnischkreiskraut, Peitnischkreuzkraut, Peitnischwundkraut, Kalesheingreiskraut, Heinkreuzkraut, Verwendete Pflanzenteile Kraut Inhaltsstoffe Pyrolycidinal-Kaloide, Senetionen Sammelzeit Juni bis September Das Fuchskreuzkraut wird kaum als Heilpflanze eingesetzt. Selbst als Pflanze ist es kaum bekannt, obwohl es in manchen Bergwädern die beherrschende Blutenpflanze ist. Man sollte das Fuchskreuzkraut auch nicht in hohe Dosis und Bär einen längeren Zeitraum anwenden, weil bei einer Verwechslung mit der verwandten Pflanze Senetia nemorensist die enthaltenen Pyrolycidinal-Kaloide stiegend auf die Leberwirken K-Absatz zeichnen. Blutstillend Die Hauptwirkung des Fuchskreuzkrautes ist seine Fähigkeit, Schleimhautblutungen zu stillen. Daher kann man es gegen Zahnfleischblutungen, Nasenbluten und zur Abschrung von Periodenblutungen einsetzen. Frauenbeschwerden Das Fuchskreuzkraut soll auch bei der Regelung der Menstruation und gegen Menstruationsbeschwerden helfen, letzteres wohl aufgrund seiner krampfstillenden Eigenschaften. Auch gegen Wechseljahrsbeschwerden soll es helfen. Diabetes Dem Fuchskreuzkraut wird auch nachgesagt, dass es gegen Diabetes helfen kann. Dieser Einsatzzweck ist jedoch nicht durch Studien geschützt, weshalb man nicht sagen kann, ob das Fuchskreuzkraut wirklich gegen Absatzzeichen der Blutzuckerwerte helfen kann. Da man das Fuchskreuzkraut nicht mehr einen längeren Zeitraum einnehmen sollte, verzichtet man besser auf die Anwendung des Fuchskreuzkrautes gegen Diabetes. Tee und Tinktur Man kann das Fuchskreuzkraut als Tee und Tinktur zubereiten und anwenden. FNF Minuten ziehen lassen und dann abseihen. Die Tinktur kann man so zubereiten wie im Grundrezept beschrieben. Davon nimmt man dreimal täglich 10 bis 50 Tropfen ein. Nur Bär einen kurzen Zeitraum anwenden. Achtung! Verwechslungsgefahr Das Fuchskreuzkraut, Senetiofuxi, ist nahe verwandt mit Senetionemorensis und sieht auch sehr hellig aus. Auch Bastarde, Mischlinge, zwischen den beiden Arten entstehen hauffig. HG-Absatz zeichneten beide Arten sogar zur gleichen Art und galten nur als Unterarten, Subspecies. Das echte Fuchskreuzkraut enthält her in geringer Menge, 0,01 Prozent, bestimmt die Sorten von Pyrolizidinal-Kaloiden, die nahezu ungiftig sind. Die verwandte Art Senetionemorensis in Deltä jedoch in H-Absatzzeichen-Haremenge, 0,1 Prozent, giftige Arten von Pyrolizidinal-Kaloiden, die bei Dauer gebraucht die Lebe-SC-H gegen K-Absatzzeichen nennen. Da die beiden Arten hauffig verwechselt werden, sollte man am besten keins der beiden verwenden, zumindest nicht auf langer Dauer und in großen Mengen. Pflanzenbeschreibung Das Fuchskreuzkraut ist in Europa heimisch. Es wird CHSD bevorzugt in Wildern, vor allem im Mittelgebirge und in den Alten. Am liebsten mag das Fuchskreuzkraut ein stoffreiche Mischwider, aber es kommt auch hauffig in Nadelwädern vor. Im Schwarzwald ist es eine der hauffigsten Pflanzen. In der Ebene kommt es hingegen kaum vor. Das Fuchskreuzkraut ist eine mehrjährige Pflanze, die bis zu 1,50 m hoch wird. Meistens ist es etwa einen Meter groß. Im unteren Bereich ist der Stängel unverzweigt, weiter oben verzweigt er sich, wenn er gegen Platz hat. Die schmalen, landsättlichen BL-der wachsen direkt am Stängel. Sie haben leicht geht's hinter Ernder und eine Spitze. Ab Ende Juni, Anfang Juli BLHT das Fuchskreuzkraut mit gelben Blüten, die in lockeren Trauben stehen. Die Blüten sind Chorblüten mit dunkelgelben bis beionlichen Absatzzeichen-Rennblüten, die in der Mitte deutlich her ausstehen. Meistens gibt es nur FNF-Zungenblüten, die recht schmal und leuchtend gelb sind.